Heide, ich muss mit dir reden. Das geht nicht. Was? Ich kann das nicht. Mit Freundschaft und so. Ja, aber... Ich hab gedacht, ich krieg das irgendwie hin. Und unsere Freundschaft ist mir auch wichtig, aber... Das klappt nicht. Wir würden uns nur gegenseitig verletzen. Ich hab keinen Bock, zur totalen Zicke zu mutieren. Und was soll das jetzt heißen? Wir können nicht mehr befreundet sein. Wie jetzt? Ein glatter Schnitt. Das ist das Beste für uns beide. Okay. Okay. Also, mach's gut. So, Schicht wechseln. Also, Mädels, ich weiß echt nicht, ob das so ne... Große Klappe und nichts dahinter. Ja, ja. Euch kehlt mein Dad ja nicht. Ich bin denen, die auch ein ganz geiles Begräbnis. Ja, aber bitte ohne Grenze. Hm. So, anschnallen. Das brauchen wir. Bitte einstellen. Oh, was für ein geiler Sound, abgefahren. Ja, geiler Sound. Kupplung treten, dann Gang einlegen, okay? Ja. Scheiße. Scheiße. Also, mit der Formel 1 wird das nicht. Mann, wir müssen ja nur Automatik gefahren. Ja. Ja, noch mal. Kupplung treten, dann Gang einlegen, okay? Ich bin nicht blott, ja? Wir schalten wenigstens besser. Los, gib Gas! Es ist wahrscheinlich, dass ein Aufkommen in dieser Größenordnung... Das ist wahrscheinlich, dass ein Aufkommen in dieser Größenordnung ist. Das ist... Ich bin nicht gleich, dass ein Aufkommen in dieser Größenordnung... Nein, nicht klar. Nein, 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 nein. Ich bin nicht klar. Ich bin nicht klar. Das ist mir nichts. UNTERTITELUNG Raul will dir einen Heiratsantrag machen? Wenn Raul sich eine Hochzeit wünscht, dann... Dann heiraten wir eben. Ich hab so ein komisches Gefühl gegen Amelie. Wieso das denn? Schluss jetzt! Wieso das denn? Wieso das denn?